Willi ist Musiker geworden. Das macht der Mann schon wieder. Was macht er schon wieder? Ey, Dicker, ich hol mir ein Piano, Eli. Guck mal, Willi. Ich bin seit einer Minute mit dir hier drin. Die erste Frage ist, ob ich Kino der Tod mit dir spielen will. Und die zweite Sache ist, du sagst, dass du dir ein Piano holst. Ja. Was willst du mit einem verfickten Piano? Ich will Klavier spielen lernen. Ist es eine Masche, um wieder welche aufzureißen? Beides. Ja. Bildung und, Dicker. Leute, wenn ich diesen Song auf Klavier spiele, geh mal ganz kurz in meinen Stream. Ach so. Ist der komplett hoch. Der Song ist für meine Hochzeit, ja? Ach so. Der ist 2032. Da mute dich. Okay. Ja, 2032. 2032. 2032. Bereit? Das ist jetzt zu viel. Das ist also ein Dude, als wenn er gerade wirklich spielt. Das ist jetzt für ein tolles Lied, aber wie heißt es nochmal? Das ist von Justin Bieber, ja, ne? Wir gehen gleich in den Morgen-Chat. Ich muss sie kurz abwürgen. Ja, du hättest mich, du hättest mich, glaube ich, muss ich sagen. Yes! Ja. 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 Ja, war schon emotional, muss ich sagen. Ja, mein Bro, Dicker. Das ist die Energy, die ich brauche. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war schon nicht schlecht. Okay, wir sind vollständig. Wir sind vollständig. Darf ich auf deiner Hochzeit spielen, wenn ich Klavier kann? Wenn du's kannst, ja. Ich schwör auf alles. Wenn du wirklich was kannst, dann schon, ja. Ja, mein Lökum, nix das auch. Zum Beispiel den Song dürfte ich auf deiner Hochzeit spielen. Forever Chris Brown? Wäre sogar. Ja. Würde passen. Okay. Okay, Deal. Das ist offiziell im Stream. Klippt das. Ja, mein Lökum, nix das auch. Okay, mit dem Hut und einer Sonnenbrille und kloppt dir das hin. Digga, du wirst das nicht. Einfach, wie du bestellst jetzt ein Piano-Practice, Bruder. Mit weißes Moken. Digga, ich hab'n Traum. Aber ich glaub, Pianos geisteskrank schwer. Ja, lass mich mal machen. Ich geb dir das. Lass mich mal machen. Das ist so eine richtige Sache, das kaufst du dir, dann probierst es dreimal, mit deinen Wurstfingern merkst du, dass es nicht funktioniert und dann lässt du wieder los. Und dann gehst du wieder auf die alte Schiene, einfach liken auf Insta und anschreiben mit irgendeiner Scheiße. Das ist zu viel. Du willst, dass ich nicht spiele. Das ist kein Problem. Ich werd mit dem weißen Smoking kommen. Ja, komm mit dem weißen Smoking.